200 Karten habe ich bestellt, ja, also bitte, man hört mich fast schon süchtig, ne? What the fuuuck! Alter, sieht die Karte geil aus! Ich sag's euch, die Generation Booster, die enttäuschen mich nie. Willkommen zu einem weiteren Part von Trading Card Game Online Meine lieben Freunde, wir sind jetzt wieder hier Wir haben über 50 Booster hier zugeschickt bekommen Die Namenserwähnung gibt es im nächsten Video Da ich gerade die Liste nicht dabei habe Ich mache mir jetzt noch eine Liste fertig Und im nächsten Video wird nochmal alles erwähnt Wer da ein bisschen was beigesteuert hat Wir wurden über Instagram auch sehr viele Booster zugeschickt Und ja Leute, ihr habt dann letztes Mal fast die 600 Likes geknallt Wenn wir dieses Mal wieder so viel knacken werden Leute, passt auf, ich habe die Booster nämlich schon bestellt Wir machen nämlich im Real Life so ein Unboxing Aber es wird was richtig Spezielles Darüber könnt ihr euch auf jeden Fall richtig krass freuen Weil das wird richtig abgehen Und wenn ihr jetzt diesen Light Market wieder sprengen würdet Dann werde ich sofort, wenn die Booster da sind Direkt aufnehmen und direkt hochladen Und das direkt raushauen Das wird richtig geil Leute, das wird richtig nice Da habe ich echt eine krasse Überraschung für euch Wir werden jetzt im ersten Part Werden wir, ich glaube 12 Booster öffnen Die 4 Generations Und dann die Schicksalsschmiede noch dabei Im nächsten Part Wenn wir die 6 davon öffnen Und 4 hiervon noch Oder 5 oder so Oder 6 Keine Ahnung, müssen wir mal gucken Und dann 12 davon Und dann 14 davon Also das wird alles ein bisschen unterteilt Jetzt, wir fangen heute mal mit Generations Und Schicksalsschmiede ein bisschen Und ja, Generations hat mich ja Bis jetzt noch nie enttäuscht Finde ich gut Und mal gucken Was daraus wird Also ich freue mich richtig schon auf das Mega-Unboxing Was ich da machen werde Wenn die Karten dann endlich da sind Ich glaube, die zack sollen die ankommen Weiß ich noch nicht Aber wird lustig Und wir haben einen Dodri bekommen Ja, Dodri ist das krasseste Auf jeden Fall werden wir wieder auf jeden Fall eine gute Ausbeute haben Das sind, glaube ich, 200 Karten, die ich bestellt habe Lass uns das auf der Zunge vergehen 200 Karten habe ich bestellt Ja, also bitte Man hört mich fast schon süchtig Ne What the fuck Alter, sieht die Karte geil aus Ich sag's euch Die Generation Booster Die enttäuschen mich nie Gardewa EX mit Curdia und Trastra drauf Krasse Karte Geil Also wirklich Die Generations Imakuni What the fuck ist das für eine Karte Aber die Generations Booster Haben mich bis jetzt noch nie enttäuscht Ja Und das zeigt mal wieder Wir sind wieder back im Game Nachdem wir im gestrigen Part Nicht viel Ausbeute hatten Und ich muss sagen Ähm Was Sie rennt schon wieder Was Das ist schon wieder eine EX Karte Alter Die Generation Booster gehen richtig ab Für die Nache EX Fullart Krasse Karte Alter Nicht mehr normal Ähm Die Sache ist halt die Der letzte Part Da hab ich ja gesagt So ja Und den Part davor Haben wir das und das gehabt Aber den Part davor Gab es gar nicht Der wurde leider Falsch aufgenommen Deswegen konnte ich den nicht hochladen Deswegen werde ich gleich nochmal besprechen Was wir da alles bekommen haben Das waren nämlich die Oxes Und ich glaub Kyram oder so haben wir bekommen Und jetzt kommen noch die Schicksalsschmiedesachen Wir haben jetzt zwei EX Karten Schon wieder Krasser Scheiß Und eine davon ist eine Fullart Wir beide sind glaube ich sogar Fullart Es ist schon krass Dass wir jetzt in den Vier Packs gezogen haben Und wir haben jetzt immer noch das Doppelte an Packs hier Die wir auch noch hier öffnen können Bei der Schicksalsschmiede Und die feiere ich so richtig Die Schicksalsschmiede Da brauchen wir auch noch die ganzen EX Karten Davon haben wir glaube ich noch gar keine gezogen Und die haben aber so gute EX Karten Cygert EX Dann Mega Simser Vor allem Mega Simser Finde ich richtig geil Also wenn wir das ziehen würden Das wäre ja schon Mega der Turn Leute Das wäre mega geil Ich würde das mega feiern Und ihr könnt mir wie gesagt Immer noch Booster Codes zuschicken Das wäre richtig nice Weil damit halten wir das Projekt Am Leben Das ist einmal Rockara ey Habe ich schon fast wieder vergessen Hahaha Wortwitz Ne ähm Wie gesagt Damit könnte ich das Projekt So am Leben halten Und Ähm Somit habe ich immer mehr Weiterhin zum öffnen Und das wäre halt richtig nice Eigentlich Wenn Wenn wir so als Community Da ein bisschen alles wieder zusammenlegen können Und So machen wir das Projekt auch weiter Ich weiß Das hat euch gefallen Gefällt Hab ich ja gesehen Fast die 600 EX geknackt Im letzten Video Im vorletzten Video Richtig krass Aber wenn wir das jetzt wieder schaffen Weil das wäre mega hammer Mega Und sesu kids Und riolo Und Zwei karten Wir haben einmal ein Lucario In holo Ne nicht holo Aber mit Simsa Da hinten drin Vielleicht jetzt die Simsa Komm Simsa Du bist schon da Jetzt kannst du uns auch mal Das richtigen Ich weiß nicht Die 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 Packs hier Von der Schicksalsschmiede Die Da habe ich irgendwie nie Glück mit Ich weiß es nicht Die 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 tun es Irgendwie nicht an Ich verstehe nicht Warum Ich hier kein Glück mit habe Das ist Ich verstehe das nicht Weil Eigentlich habe ich überall Manchmal Glück bei Das ist ja bei den Generation Boostern Zwei EX Karten In vier Boostern Das ist eine 50% Quote Und hier kriege ich in 8 Boostern Ich mache Eine gute Karte raus Ist halt schon scheiße Ne Dispods hat So lala Oh fuck Minax ist Turbo Okay Jetzt Jetzt habe ich was Wenn ich möchte Minax Das ist geil Das ist eine geile Karte Da kann man sich jetzt drüber freuen Eine Karte Die wir gezogen haben Wir waren gut Von den ganzen Karten Jetzt haben wir drei gute Karten Jetzt innerhalb von 12 Packs Und vielleicht haben wir noch gleich Ein anderes Pack Auf Weiß ich noch nicht Müssen wir mal gucken Vielleicht Das weiß ich noch nicht Wir haben wieder zwei Alter Jetzt kommen die Karten Jetzt kommen die Karten Jetzt kommen die oder was Was Und nochmal Windex Was 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 Ich habe in den letzten Beiden Drei krasse Karten Gezogen Okay Eine Ein Pack möchte ich noch kurz öffnen Von der ewigen Von ewig anfangen Alter Das waren jetzt Packs Ey Nicht mehr normal Das war jetzt ein krasses Leidigung Ich möchte das jetzt gerne Fortführen Fortfahren Okay War klar Dass das nicht klappt Wir gucken uns jetzt Karten an Die wir jetzt bekommen haben Seltenheit Seltenheit Wir haben zweimal Einfach viel nächstes Turbo gezogen Zwei Warum ist das CDB hier Warum ist das CDB hier Das ist voll Loll Gut zu wissen Das habe ich glaube ich Irgendwie geschenkt Und Oh Ein neuner Vieh Okay Cool Habe ich irgendwie geschenkt bekommen Dann haben wir hier Neue Karten Die vor Einmal für die Nare EX Was ne krasse Karte Auf jeden Fall Das sieht so geil aus Ah ja Und dann Gardevoir EX Auch richtig geile Karte Full Art beides Und noch Ambryon Wir haben mal Fucking nach Tara EX noch bekommen Das sieht auch so geil aus Haben wir noch mehr Evo die Genau Wir haben zweimal Blitzer EX Einmal nach Tara EX Und die sehen so geil aus Die Karten Leute Ich würde sagen Wir sehen uns im nächsten Video wieder Wie gesagt Sprengt den Like Button Wenn ihr so richtig hyped Auf das seid Was ich vorhabe Das wird so richtig Nice Leute Bis zum nächsten Mal Bis dann Und ciao Leute Euer So Mit Pokemon Trading Card Game Online Ciao